es wechseln Also wenn der jetzt nicht gerade ein Dorf ist, würde das ja nicht passen. Oh, wir haben eine Seilwutscher. Das ist ein Feuerchen. Das ist wichtig und wichtig. So. Können wir hier noch einsetzen haben. Nein. Nein. Da ist ja die Taschen. Okay. 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 Untertitelung. BR 2018 Gehen wir mal rein in die Höhle, ne? Gucken, was uns da erwartet. Ich glaube, wir hätten das eine Haus abreißen sollen. Das ist ein kleines Haus. Das ist ein kleines Haus. Ich kann mal hier machen. Okay. 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 machen wurden ja nicht schlecht Kommen wir mal gleich nochmal. Was machen wir denn von Bogen? Steine für eine Viertel, Klebewand. Klebewand und so, zack. Ich kann noch eine herstellen. Kommen wir jetzt. Ja. erst mal ausnutzen 3d drucker feiner die frage ist die die Das war's für heute. 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 Das ist erschrocken, Alter. Das schreckt mich doch nicht so, Junge. Ich glaube, da hat sich dann der Hängler jetzt so rausgeholt. Ich glaube, ich werde mal holen. Eine Höhle, die macht Spaß, eine Höhle, die ist toll. Können wir mal reingehen, Jürgen? Okay, wo geht's da? Bunker war es da, oder? Ist nicht richtig und richtig. Das war's für heute. Das war's für heute. interessant interessant sehr interessant ich hab mich jetzt schon mal auf den kampf eingestellt aber nicht auch neue rüstungsteile natürlich ich hab mir die kirche noch abholen Wollen wir uns schon eigentlich für das Fischen. Ich habe halt noch kein Saison. Ich habe noch ein Ort gefügt. Ich muss noch eine Rastung haben. Ich bin jetzt noch ein Rastung. Ich bin jetzt noch ein Rastung. Das war's für heute. Vielen Dank. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.